. Los, los, los. Los, los. Nein. Nikolaus. Ja, Nikolaus. Los. Da sitzt Nikolaus. Los, los. Los, los. Los, los. Da sitzt er. Das ist der Kampus. Das ist der Kampus. Das ist der Kampus. Nikolaus, ja. Kampus. Kampus. Kampus, Nikolaus. Das ist der, oder? Da, da. Nein. 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 Ich komme heute in dieses Haus. Das ist der Kampus. Das ist der Kampus. Das ist der Kampus. Ich komme heute in dieses Haus. Das war jetzt brav, Nona. Ja. Ja, aber die ist oft nicht brav. Mama? Mama ist brav gewesen. Papa auch? Papa sowieso. Ich könnte nachschauen in meinem Buch. Aber das sehen wir danach, wenn sie als Buse mir ein Gebet lassen müssen. Was passiert das? Heilige Schutzengel? Heilige Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Steh im Jägernot mir bei, halte mich von Sünden frei. Man hat sich geheimt von niemand hinein. Nein, lass du mein Liebesengel. Das ist ein Dienst. Ein Dienst. Wie haben wir alle? Das ist ein Papa. Das ist ein Papa. Das ist ein Papa. Ja. Schau. Meine Augen sind immer die Festen. Ich bin schon seit einem Jahr alt. Krampus. Krampus. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ja. Das ist das. Das sieht man ins Sekt. Wenn du wieder. Ja? Verletzweifung braucht es kaum. Sie ist ja natürlich schon vorgeknắm. Ja. Nein, ich kann nicht. Ich hab's in der Hüfte. Schau, schau. Schau, schau. Hast du schon was geklopft? Ja. Schau, die Angst. Bessen Tag. Und der Mama darf nicht einmal das ausräumen von den Schuhplatten, gell? Ist okay. Und wenn du es ausräumst, musst du es wenigstens wieder einräumen. Das ist gut. Und den Adventskalender, den darfst du auch nicht zerreißen. Das darfst du nicht tun, jetzt, wo das Krieg gekündigt kommt, gleich noch nicht. Versprichst du mir das? Ja. Aber sonst bist du ganz brav, Sigi. Ja. Oh, jetzt mal schauen, was beim Simon da steht. In letzter Zeit bist du ganz brav, glaube ich, gell? Schön folgen. Hat dir die Mama gesagt, dass sie einmal vorbeischaut, glaub ich, hm? Gut. Das gefreut mich. Aber etwas ist nicht schön. Du darfst nicht so viel fluchen. Keine Pärzen Wörter sagen, wo nicht daheim. Hast du kein Paus unten? Ja. 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 Das kann nicht nix passieren. Es macht so Kreuzl und dann kann gar nix mehr passieren. Hat mir Kreuzl gemacht? Nein, wer ist jetzt? Nein, ich kann nicht. Auf Stelldrahtzeck zum Jungen kommen. Geht's um mich. Gebt's schön in die Hand, den Herr Nikolaus. Schau an die Hand. Schau an die Hand. Schau an die Hand. Geht's auch. Jetzt gib's ihm schön in die Hand, den Herr Nikolaus. Schau an die Hand. Schau an die Hand. Mach's gut. Mach's gut. Jetzt hab's gut, aber das ist gut. Schau an die Hand. Jetzt machst du's auf der Seite. Ich hab's gut. In den Pfänden können Sie erbringen. Schau an die Hand. Schau. Schau an die Hand. Schau an die Hand. Schau an die Hand. Schau an die Hand. Schon ganz ruhig. Danke, Paula. Aber folgt. Du hast ja das Geheiz gemacht. Danke, Nikolaus. Geht's? So, jetzt seid ihr brav, gell? Folgen. Und in der Früh soll es noch zu bringen, wenn sie weggehen. Oh, was? Dann hast du Nikolaus. Das ist ja eine grande Person, die kleine Nikolaus. Ja, der Philipp ist ja brav. Ja, ich bin brav. Ja, schau, weißt du Gott, der Hansi ist verhört. Haben Sie, wir sind zu Georgien. Zuerst? Ja. Die Nikolaus. Verstecken Sie schon. Die Kinder, die Nikolaus. Was geht? Schau. Gell? 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 Was geht? Nikolaus. Anbauen wir da ganz in kleinen. Sagst du, das hat Nikolaus. Das hat Nikolaus, ja. Die Kinder, früher, schau auf den Campus. Das hat nur Nikolaus. Siehst du das? Nur Nikolaus. Mal schauen, was da in so einem Buch entsteht. Der Roland. Das ist wer. Aha. Der Roland tut nicht viel essen, gell? Jetzt hörst du mein Buch. Zimmer aufräumen. Viel streiten, Roland. Du musst ja doch die Krampus einholen, ha? Ja, Roland? Ja. Kannst du die Krampus einholen, ha? Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen. Schau mal Nikolaus an. Ja. 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 Wir warten vor der Tür. Wir warten nur auf mein Teil. Nehmen wir den Nikolaus. Das Lied auch nicht. Ja. Ja. Herr Dsky нуж ber desenvol Ты zu erkranken. Lass uns v мut das sein, ha? Lass uns froh und Muter sein, und uns rief von Erl sein. Sonst hat es etwas gelehrt. chalk so glücklich zu erinnern, wir sind gern an der Schule. Wollen wir schonciern? Soll ich die Krampus hinnehmen? Ich bin aber schwer enttäuscht. Das nächste Mal, sonst muss man die Fischstür. Kannst du in Nikolaus ein Gedicht aufsuchen? Mhm. Aber ich weiß, dass ich einen Augenblick habe. Hanna, du hast eine schöne Zeit und du sagst Nikolaus ganz schön aus. Was soll denn so? Lieber heiliger Nikolaus. Lieber heiliger Nikolaus. Und jetzt? Langt schon, gell? Vollst du mich ein? Ja, langt schon. Aber nächste Saison kannst du mal ganz so schön ein Gedicht aufsuchen. Wir nehmen die Krampus ja gar nicht mehr mit. Wenn du jetzt ganz schön aufsuchen kannst. Ja. Mit welches? Kannst du mal ein Lied singen? Mit dem Nikolaus ein Lied? Ja, ich weiß. Ich muss meine Säle singen. Ja. Der Nikolaus hilft euch ein bisschen. Sing mal. Ja. Lasst uns froh und unter sein. Und uns recht vom Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend. Bald ist Nikolaus Abend. Bald ist Nikolaus Abend. Sieht ihr bald mal sein. Die Wurst was in der Trenn. Was was in der Trenn. Es wünschen sich in der Trenn. Wenn du ganz brav bist, kommt nächstes Jahr nur noch der Nikolaus. Wie wir super. Jord. Musik Wer noch Marco geben kann Das war's. Jetzt werde ich gleich nicht mehr lachen. So Kinder, stört's mir mal wieder auf. Mal schauen, ob es stimmt. Wie heißt denn du? Kathi. Kathi, du brauchst keine Angst haben. Wenn du brav warst, passiert auch gar nichts. Aber ich glaube, du warst auch brav, oder? Wie heißt denn du? Ich kann nicht dazu. Wie heißt denn? Doris. Doris, du warst auch brav, oder? Ich bleibe dir, wenn ich mit dir rede. Wie heißt denn du? Wie heißt denn du? Wie? Anna. Anna. Jetzt müsst ihr mit mir laut reden. Ich bin ein alter Mann. Ich komme von weit her. Ich höre nicht mehr so gut. Und wie heißt du? Eva. Eva. Und du heißt? Stefan. Stefan. Gut. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's erzählt jetzt. Die Folgen schon. Weil das nächste Jahr komm ich wieder. Ich seh das alles. Aber sind's seid's ganz brav für Kinderlein gewesen, meine ich. Können wir jetzt alle miteinander ein Liedl singen? Ja. Was für Liedl? Können wir denn singen? Was singen wir denn jetzt? Ich hab alle heute nacken. Was singen wir denn? Können sie zum Beispiel, lasst uns frohe Munter sein? Ja, das würde mir auch mal gefallen, weil ich bin der Nikola. Kann man schon. Singen wir mal. Schreiter Kaffee. Nein. Wenn ich den Nikola sein will, dann weiß ich nicht. Mach mal ein, wenn ich sing. Vermut. Lass uns froh und munter sein, und uns in den Herzen freu. Lustig, lustig, trau-la-la-la, weil dich Nikola aus Ravente, weil dich Nikola aus Ravente. Ja. 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 Ja.